Rezeption 1, 2, Life, Fun Club, Paradise Palace. Welches Zimmer? Bankerzimmer. Das ist doch ein Bunker, wir haben jetzt zwei Kohnen. Das ist doch ein Bunker. Okay. Okay. Das ist doch ein schönes Bunker. FZX1. FZX1. Hier ist es voll der Rot. Ich weiß nicht, dass es ist. Das ist doch ordentlich bloß, oder? Sehr schön. Ich finde die Farben echt schön hier oben. Was ist das jetzt für uns? Boppelzimmer mit Kinderbett. Das Bett finde ich toll. Für Schöne ist es bei uns. Die Frage, die im Zimmer wahrscheinlich ist, ist es doch da. Ah, okay. Da war kein Gestuch da. Komplett in der Tür. Sehr schön. Das ist wirklich sehr schön, die Zimmer. Das heißt, da war noch kein einziger Gast drin, gell? Aha, ja. Sieht so aus. Das ist das Zimmer. Und dann gibt es die Weltkreis mit dem Kind. Das 1 Zimmer und das mit ... Boah, richtig schön. Boah, schön. FZX2. FZX2. Das war sehr liefig. Ich habe es mal ein bisschen noch entgangen. Da haben ja fünf Leute dort. Wahnsinn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020